Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Hallo. Und wir machen heute mal was ganz lustiges. Nämlich machen wir vor allem die traditionelle Schnitzeljagd. Und ja, wir haben hier zwei Küsten schon vorbereitet. Und da drin haben wir ein bisschen Werkzeug und ein Buch. Und in das Buch kannst du auch gerne mal reinschauen. Mach ich gerade. Oh. Und hier steht halt drin, was wir suchen müssen. Also vier Eichenholz, vier Birkenholz, zwei Äpfel, eine Änderperle, eine rote Blume, sechs Kohle, ein Diamant und ein Nether-Aquarz. Und ja, wer das zuerst findet, der hat gewonnen. Und wir spielen natürlich nicht zusammen. Und auf los geht's los, würde ich sagen. Oder hast du noch eine Frage? Okay, äh nein. Wir legen einfach die Items, wenn wir die haben, wieder in die Kiste, ne? Genau. Okay, okay, okay. Ich schau mir das kurz an. Okay, okay, okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Alles so schnell wie möglich. Ja, ja. Okay, dann pass auf. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Wohl, aber was brauch ich doch mal. Eichholz. Gibt's hier überhaupt Eichen? Äh nein, du musst laufen. Oh Gott, gibt's hier überhaupt Birken? Ah, ich hab Birke schon gefunden. Okay, Äpfel. Zwei Äpfel sind easy. Du hast Birke schon gefunden? Ich hab Eiche gefunden. Oh, ich sag dir nicht wo. Vier? Wie viel brauchen wir davon? Vier. Vier, glaube ich. Und Birke hab ich auch. Eiche hab ich auch gefunden, meine ich. Ich hab auch Birke gefunden, Katja. Nice, nice, nice. Ich such grad schon die Äpfel. Ähm, warte mal. Was? Was? Oh, Äpfel. Gute Idee. Hab ich fast schon vergessen. Kriegt man die, wenn man die Blätter kaputt macht? Ja, ja. Oder müssen die alleine kaputt gehen? Äh, kannst du beides machen. Okay, okay. Kannst du auch theoretisch einfach einen Baum kaputt machen und den dann warten einfach. Ja, stimmt. Oh, ich hab ein Zappling bekommen. Ich auch. Ich will, ich will Äpfel. Wie viel brauchen wir? Zwei Äpfel? Einen, glaube ich. Ja. Ne, zwei Äpfel steht da. Oh Gott. Hier kommt kein einziger Apfel raus. Okay, ich mach das, ich mach das besser. Ich mach jetzt Trick 17, Kater. Trick 17? Ich nutz die Zeit perfekt. Okay, mach ich, glaube ich, auch. So. Nein, das klappt. Komm, gib mir einfach ein Diamant, bitte. Ach so, das Geld runter bauen, ja. So, ich bin schon dabei. Und nebenbei krieg ich Äpfel. Naja, das hab ich auch gemacht. Ja, ist ja gut. Gott, ich hab auch Angst, wenn ich irgendwie in eine Höhle oder so falle. Wenn ich in welchem Nether war, darf ich da das Portal abbauen? Äh, nein. Okay. Auf, oh Gott. Was, wenn meine Spitze kaputt geht, bevor ich einen Diamant... Ich hab einen Diamant! Ich hab... Oho, ich hab 100 Millionen Diamanten gerade gefunden. Nein! Kater, ich hab... Ich hab 6 Diamanten. Wie? Ich hab gar nichts. Ab nach oben war easy. Gar kein Problem. Wow. Okay, ich bin wieder oben. Okay, sehr gut. Sind hier Äpfel geshoppt? Natürlich nicht, oder? Kein einziger Apfel. Ich geh mal bei dir schauen, ob da was ist. Nein! Hey! Doch. Really? Oha! Nein, nein, nein. Kater, hier ist kein einziger Apfel. Ich glaub, die Bäume hier haben keine Äpfel. Natürlich haben die Äpfel. Aber bei mir nicht. 4, 5, 6... Ja, Gold hab ich, aber warum wär nicht? Also ich glaube, wenn die Items von 1 zerfört werden... Ach, Diamanten! Yes! Ja! Ach, Mann! 4? Ich hab keinen Apfel, keinen einzigen, Mann. Okay, jetzt schnell wieder raus. Ich weiß nicht, ob ich in die Hölle soll. Ich will nicht mit dir zusammen in die Hölle. Obwohl, das ist ja schnell abgehakt, die Höllensache. Das ist ja einfach nur der Netherquartz. Einen. Ja. Das trifft mir ja schnell. Außer man spawnt jetzt in der Hölle oben in der Luft über der Lava. Stimmt. Okay, ich geh einfach mal rein. Mhm. Okay, Netherquartz hab ich, das ist gar kein Problem. Na, super. Oh, ich hör schon die Spinnen. Es wird Nacht, glaube ich, ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. Haben wir ein Schwer? Ja, 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 haben wir. Was ist das denn? Ein Wehrwolf? Oh Gott. Hau den bloß nicht. Oh, der sieht mich. Nee. 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 Der sieht mich. Der sieht mich. Ich geh ihn einfach mal angreifen. Ich kenne eine. Nein. Nein. Oh, oh. Was sind hier los? Hatt euch hast ja. Es gibt nie ab. Vor allem, ich hab keine Rüstung. Ich. Oh, nein. Ich hab auch kein Essen mehr. Oh Gott. Oh, Mann. Ich geh jetzt auch in die Dings. Oh, hi. Leg mal meine Items in die Kiste, weil dort sind sie auf jeden Fall schon safe. Stimmt. Ich hoffe, wenn ich das Typ wieder klaust. Hä? Okay, was haben wir da? Was ist los eingebaut? Du Sack. Eichenholz hab ich, Birkenholz hab ich. Äpfel hab ich nicht. Enderperlen. Ja. Rote Blume. Okay, rote Blume ist hier. Gar kein Problem. Aber Enderperlen. Oh Gott. So, Enderperlenquartz hab ich auch. Hast du die Äpfel schon? Nö. Ich auch noch nicht. Das ist ja das Schwierigste irgendwie. Guck mal, Diamanten. Easy, aber. Ja, Diamanten haben wir sofort. Oh Gott, ich brauch generell auch mein Essen. Ich brauch unbedingt was zu essen. Hier gibt's nix zu essen. Hast du was zu essen zufällig? Äh, sorry, nein. Oh, oh. Ein Spinnenauge. Okay, ich nicht. Das muss ich aber selber essen. Nein, ich bin vergiftet. Ach, super. Super. Oh, ich hab aber, glaub ich, die rote Blume gefunden. Zusammen. Oh nein, ich werd sterben. Ich werd sterben, ich werd so sterben. Ich darf deine Items klauen? Nein. Nein, ey. Hier sind überall Skelette und sonstige Sachen. Ja, vor allem richtig viele. Auch Creeper stehen hier richtig viel rum. Oh Gott, ich hör schon wieder ein Spinner. So. Oh, wie schnell der Pilz abgebaut ist mit so einer Demand-Axt. Oh, wie macht man nochmal ein, äh, wie heißt das? Einen Suppenteller? Ähm, Crafting Table. Ja, ja. So wie so ein U, glaub ich, oder? Oh Gott, ich bin gleich dauernd, ich bin gleich dauernd, ich bin dauernd. Aber bei dir liegt ja noch alles. Also eigentlich ist es nicht so schlecht. Ja, stimmt. Die Frage ist nur, wo's mein, da, da hinten ist mein Zeug. Okay, okay, alles gut. So, Äpfel ist ja immer noch das Problem. Ja, ist einfach das größte Problem. Ja, ja, glaub ich auch. Und die Ender-Perle. Oh Gott, gegen Enderman kämpfen, viel Spaß. Vielleicht sollte ich mich mal um den Enderman kümmern. Mach du, es ist halt doch... Was hab ich denn... Eichenholz hab ich Bier... Das hab ich nicht... Ah, oh, ich bin so dumm. Ich hab was Komplettes easy vergessen, was ich noch machen kann. Kohle, ne? Ja. Äh, hab ich schon. Hab ich mich schon gewundert. Ich hab auch Kohle schon gesehen. Ich bin einfach dran vorbei. Aber hier ist eine Höhle, der daneben... Hey, es kann doch nicht sein, dass hier kein einziger Apfel droppt. Gibt, glaub ich, keine Äpfel mehr. Wie? Wie sieht's bei dir aus, Kata? Wo, was machst du gerade? Äpfel! Immer noch? Ja. Hast du welche? Nein, leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie man die am besten bekommt. Also ich glaube, du musst halt echt einfach den Baum komplett wegmachen. Also das Holz abbauen und die Blätter die spawnen lassen. Jaja, kann man auch machen. Also beides geht. Ich bin ja hier... Waro-approved. Du kannst beides machen, aber... Also wenn... Also wenn so ein Baum von alleine wegfällt, dann kommt auf jeden Fall eigentlich ein Apfel. Also müsste schon... Komm schon, Apfel. Äpfel sind schwieriger als sechs Diamanten. Wie kann das denn sein? Ja. Wir holzen jetzt einfach den kompletten Wald ab, wenn da kein Apfel rauskommt. Oh, ich werde beschossen und ich habe ein halbes Leben. Oh Gott, ich will nicht schon wieder sterben. Oh, hier ist das. So. Ich holze jetzt hier den ganzen Wald ab, Kata. Das ist mir egal. Ich brauche zwei Äpfel. Aber nur Birke gibt halt, ne? Ach, das ist Birke, was du gemacht hast. Ja, ja. Weiß es nicht. Ja, aber habe ich auch noch als Birke. Habe ich auf jeden Fall jetzt schon kaputt gemacht. Komm, bitte. Aus einem Blatt vielleicht zwei Äpfel. Ich kriege Saplings raus. Das gibt es doch nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wie, du hast eine Idee? Ich weiß, wie ich... Ah, nee, warte mal. In der Schere kriege ich mir nur die Blätter raus, ne? Ja, ja. Och, Mann. Voll die. Ich habe die Idee. Die Idee. Ach, echt. Unsere Blätter. Ich habe jetzt hier, die Bäume gingen gerade von selbst kaputt. Es liegen nur Saplings am Boden. Wenn der erste einen Apfel hat, dann... Du, wir machen das Spiel einfach... Oh, ich bin gleich tot. Ich bin da. Warte, burned? Hm, ich wurde vom Gegner angezündet. Ach so, okay. Aber sind deine Sachen dann nicht auch verbrannt? Nee, die liegen hier im Wald. Sehr dank. Ich habe die übrigens auch schon in die Kiste einsortiert, also... Na dann. Komm, machst du? Wollen wir mal so einen Wald anzünden? Und dann? Oh, bitte. Aber das Problem ist, wenn wir einen Apfel haben, da haben wir... Brauchen wir immer noch einen. Ja, aber dann hätten wir wenigstens so einen Proof, dass das Äpfel hier überhaupt... Dass sie shoppen. Ja, gerade eben hast du doch gesagt, es muss Äpfel geben. Das muss ja auch sein. Ja, es muss ja auch echt sein, aber... Ich weiß nicht, was hier los ist. Wollen wir so einen Apfel craften irgendwie? Was? Nein. Das ist die Welt ohne Äpfel, glaube ich. Das ist die Welt ohne Äpfel. Ich glaube auch. Wollen wir Äpfel von der Liste streichen? Ja, dann gehen wir jetzt offiziell Äpfel von der Liste streichen, aber dann halt die Enderperle. Das heißt, wir beide brauchen nur noch... Warte mal. Brauchen wir noch eine Enderperle? Ja. Ähm, ja. Wir beide brauchen nur noch eine Enderperle und dann stellt sich raus, wer gewinnt. Okay. Nacht. Das... Okay. Wir machen das jetzt. Okay. Wo gibt's Endermänner? Rennst du in irgendeine Richtung? Ja. Also... Hier mach ich doch. Einfach auf so eine offene... Oh Gott, hier sind überall Skelette. Oh Gott, hilf mir. Oh Gott, hilf uns. Oh nein, und spinnen. Können wir die Spinnaugen irgendwie abgeben? Nee. In der Wüste sind Endermänner, ne? Echt? Also, ich glaube, das sind immer viele. Ich glaube, die sind überall. Eigentlich schon, ne? Aber die Frage ist, darf man mit dem F5 rum? Ich hab direkt einen Pfeil innen beim Kopf drin. Perfekt. Sind so viele Skelette. Vor allem auch mit Rüstung noch. Oh Gott. Schlimmsten sind diese Wehrwölfe. Ja. Ich sammle auf jeden Fall gut Essen gerade. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder zurück... Ich hab Enderman gefunden. Nein. Jetzt musst du aber auch erstmal ne Händerperle finden. Ja, ist gar kein Problem für mich. Wie jetzt? Der töte mich fast! Ich hab gewonnen, ich hab sie. Nein, du hast sie nicht. Oh nein. Doch, ich hab sie. In meiner Hand. Muss ich jetzt noch zur Kiste kommen? Ja. Kata, ich hab eineinhalb Leben gerade. Das ist nicht mein Problem. Ich muss hier meinen Enderman finden. Oh nein. Geh, ab zur Kiste, ab zur Kiste. Bitte schmeiß einfach nur die Enderperle in die Kiste. Ich seh das Portal. Renn, ren, ren. Nein. Ich hab viele Zombies. Oh oh, ich glaub ich gewinne, ich glaub ich gewinne, Kata. Oh Gott, Hilfe. Okay, und ich rack auch wieder. Es sieht ganz gut für mich aus, tatsächlich. So, schnell hier vorbei, Leute. Und gleich bin ich bei einer Kiste. Nein. Nach zehn Blöcke. Und gleich. Ich hab gewonnen. Nein. Ja. Aufpassen, warte ich halt dir. Ich hab alles. Okay, warte mal. Oh Gott. Ich hab alles, was ich brauchen. Oh nein, der Creeper. Oh Gott. Hinter dir. Hinter dir. Oh Gott. Oh, da kommt noch ein Creeper. Da kommt noch ein Creeper. Pass auf, hinter dir, hinter dir. Ich bin auch gleich da und übrigens schon wieder. Ich auch. Okay, den haben wir auch. Okay, wow. Nice. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal an, ob der Epic wirklich alles hat. Also, pass mal auf. Ja. Okay. Ich weiß nicht mehr wie viel. Vier Eiche. Vier Birke. Ein Diamant. Ein Netherrack. Okay, hab ich gar nicht nachgefragt, aber ein Netherquart. Ja. Poppy. Eine Sextrolle und eine Enderperle. Ja. Und ich glaube, das stimmt. Oh nein. Aber guck mal, bei mir, ich hab's alles so schön hingerichtet. Ja, guck mal für dich. Danke. Nein, warte, ich geb dir was Schönes, okay? Ja. Hier, bitteschön. Ach super, danke schön. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall beim Epic vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.